Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Online-Handel für gebrauchte Klemmbausteine. Heute begrüße ich euch im Büro, denn es ist soweit. Wir wollen die Spenden zuweisen, die wir beim letzten Spenden-Livestream gesammelt haben, den wir mit Pauls Klemmbausteine zusammen gemacht haben. Unglaubliche 4.245 Euro sind zusammengekommen und der Grund, warum dieses Video leider jetzt erst kommt, ist, dass eins der Sets, die wir versteigert haben, nämlich die Darth-Vader-Büste von Lego, nicht bezahlt wurde. Und wir haben noch einige Kontaktversuche gestartet, aber leider hat sich der Käufer nicht zurückgemeldet. Tja, aber jetzt haben wir lange genug gewartet, denn das Deutsche Kinderhilfswerk kann das Geld gut gebrauchen. Und da kommen wir hier in den Bereich hin. Schauen wir mal gemeinsam auf das Projekt. Das ist es. Und jetzt gehen wir hier in den Administrationsbereich. Das ist der Bereich, den ihr normalerweise nicht sehen könnt, sondern nur wir als Administratoren. Und gehen hier einmal auf Spenden zuweisen. Da klicken wir das Projekt an, das wir uns ausgesucht haben. Wir haben ja hier nur eins angewählt. Und geben jetzt in den nächsten Zeilen den Betrag ein, den wir spenden wollen. Natürlich unseren Höchstbetrag und klicken auf Weiter. Und im Prinzip war das auch schon das ganze Zauberwerk. Das Geld wurde jetzt an das Deutsche Kinderhilfswerk zugewiesen. Und wir schauen noch mal auf der Seite nach, ob es dort jetzt auch angekommen ist. Rufen uns hier einmal die Seite auf und sehen. Tada! Da stehen wir nun mit der Zuweisung. Vielen, vielen Dank noch mal an alle, die mitgemacht haben. Sowohl an diejenigen, die Sets gespendet haben. Absolut keine Selbstverständlichkeit. An diejenigen, die die Sets dann ersteigert haben. Und an alle, die hinterher für den reibungslosen Ablauf auch zuständig waren. Die uns geholfen haben bei der Organisation. Die dann auch die Sets verschickt haben. Jeweils ganz große Klasse. Ohne euch würde das gar nicht klappen an der Stelle. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Und wir freuen uns einfach auf die nächste Runde. Denn Paul und ich, wir werden das auf jeden Fall mal wieder machen. Vielleicht dann nicht für die Ukraine-Situation. Auch wenn die, ja leider Gottes, ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weitergegeben wird. Aber es gibt viele Projekte, die unsere Unterstützung gebrauchen können. Und das hier ist doch eine recht einfache Art und Weise, doch ab und zu mal was Gutes zu tun. Und bis wir uns in den Kommentaren lesen, wünsche ich euch eine tolle Zeit. Baut etwas Schönes. Baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt. Und lasst euch hinterher nicht sagen, was ihr mit euren Sets oder euren Steinen machen sollt. Und bis wir uns in den Kommentaren lesen, wünsche ich euch lebt lang und in Frieden.